Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Ducky LP. Ganz genau, weil ich habe jetzt einen dritten Anlauf gebraucht, bis ich diese Anmoderation einigermaßen geschissen bekommen habe. Ich weiß nicht, was heute los ist, Leute, keine Ahnung. Draußen ist ein ekliges Wetter, ich bin eigentlich total fit, es ist gar nicht mehr so früh. Und ja, keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass ich in wenigen Stunden zum ersten Mal Fantastic Beasts 2 gucken werde. Also für euch ist das schon lange ein alter Hut, aber ich produziere ja vor, sage ich irgendwie gefühlt jede Folge. Und ja, deswegen ist bei mir jetzt natürlich ein anderes Datum, als jetzt bei euch, wo ihr diese Folge guckt. Und ich sehe Fantastic Beasts gleich in der Vor-Vorpremiere, also am 14. beziehungsweise, ja doch, 14. Mitternacht sehe ich das und ich bin so gehypt, Leute. Und ja, ich will aber jetzt nicht darüber reden, weil wie gesagt, für euch ist das schon längst vorbei. Aber, es gibt ja auch hier im Spiel einige Dinge, die erzählt werden möchten. Und dazu gehört unter anderem das hier. Unsere, ähm, ja, Tierwesen, die wir schon geholt haben, der Niffler zum Beispiel, den können wir füttern. Und ich würde sagen, machen wir das mal am Anfang dieser Folge. Los geht's! So, mein Auge juckt schon wieder. So, wir müssen einmal ins Grasland und den Niffler helfen. So, das können wir jetzt nämlich auch immer mal wieder machen. Hallo, süßer Niffler, wir müssen dem übrigens nur einen Namen geben. Wenn ihr eine gute Idee für einen guten Namen habt, dann schreibt ihn in die Kommentare, Leute. So, wir füttern ihn mal. Ähm, ich nehme mal, ja, so hier, das für zwei. So, hier, süßer kleiner Niffler, frisst das! Ach, komm schon, das schmeckt gut! Oh, er scheint es trotzdem zu mögen. So, wir haben den Niffler ein Level aufgebessert und... Ah, okay, gleichgültig ist er jetzt. Ah, so werden die Level also bezeichnet, ist ja cool. Und solche Belohnungen bekommen wir? Oh, auch nicht schlecht. Nice, einsammeln. Alles klar, Leute, das läuft doch. Und wir sind Magie-Zorologen Level 2! Hoi, sehr, sehr nice, hervorragend! Und freigeschaltete Geschöpfe, eine Fee und ein Porlock, nice! Alter, Leute, das geht ja richtig ab hier. Ja, dann würde ich sagen... Ähm... Niffler sind sehr zutraulich, wenn sie dir vertrauen. Gewinne sein Vertrauen und vielleicht kuschelt er sogar mit dir. Ja, vielleicht, Hagrid, ganz vielleicht. Ich würde jetzt aber gerne mal andere Tierwesen... Warte mal. So, ah, hier. Jetzt die Frage, wollen wir uns eine Fee oder... Ich hole mir eine Fee, Leute. Dreimal dürft ihr raten, warum ich mir eine Fee holen will. Das habt ihr letzte Folge vielleicht schon geahnt. Care for Creatures. Alles klar, Englisch ist wieder am Start. Ich finde ja dieses neue Update unglaublich cool, Leute. Weil man muss ja jetzt hier erstmal neu reinfinden. Und oh mein Gott, sehen die Kulissen hier schön aus. Oh, das sieht aus wie ein positiver, verbotener Wald. Ja. Und hier sind sehr viele Plätze für verschiedene Tierwesen, die wohl hier geholt werden können. Sehr geil. Okay. Oh shit, 30... Nee, das ist ein bisschen sehr teuer. Das ist ein bisschen sehr, sehr, sehr teuer, Leute. Dann geht das leider noch nicht. Dann gehen wir nochmal zurück und gucken mal, ob der hier genauso viel kostet. So. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob das jetzt genauso teuer wird. So, hier. Ah, der kostet nur zwei. Den könnten wir uns als nächstes holen, Leute. Wir müssen nur nochmal ein rotes Buch zusammenkriegen. Wartet mal. Aha. Tatadada. Einsammeln. So, und da haben wir unser zweites rotes Buch. Und jetzt können wir uns den Porlock holen. So, adoptieren. Yeah. Leute, wir haben einen Porlock freigeschaltet. Und dann würde ich jetzt sagen, dass wir den direkt mal füttern. So. Ja, kriegt ihr erstmal ein bisschen mehr. So, hier, lieber Porlock. Frisst das. Komm schon. Ja, fein. Feiner Porlock. Ja, toll machst du das. Ja, nice. So. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen abwarten. Aber Bindung aufbauen können wir noch machen. Kommt er dann auf Level 2? Er ist noch argwöhnisch. Ah, ganz knapp nicht. Ja, das ist ja wieder typisch. Ja, okay, Leute. Da müssen wir da wohl noch ein bisschen warten. Der Porlock mag uns noch nicht so wirklich. Und der Niffler ist gleichgültig. Ja. Aber wir kommen gut voran. Und ich freue mich schon mit euch, das in den Folgen jetzt in Zukunft weiterzuerleben. Und zu gucken, dass wir alle Tierwesen freischalten. Das ist eine richtig coole Sache, Leute. Das ist mega cool. Jetzt die Frage, womit machen wir weiter? Ich könnte jetzt, ähm, ja, wie gesagt, die Hauptmission machen. Oder ich könnte auch hier hin. Machen wir doch erstmal das hier, Leute. Los geht's. Achso, wir müssen dafür hier drauf drücken. Füttern. Ja, geben wir dem auch nochmal ein bisschen mehr. Ja, er ist nicht mehr ganz so argwöhnisch auf jeden Fall. Ich finde es auch cool, dass die Animation dann geändert wird. Oh, Level 2 gleichgültig. Geschöpfaufstieg. Nice. Das geht gut, Leute. So, einsammeln. So, jetzt müssen wir aber wieder warten. Okay. Ach, das ist die Aufgabe hier. Ah, die Nebenquests erinnert mich quasi daran, dass ich das machen muss. Okay. Nee, Leute, dann sind wir jetzt quasi gezwungen, die Hauptmission weiterzumachen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal jetzt zum fasskopflosen Nick. Los geht's. So, in den Korridor und treffen mit dem fasskopflosen Nick. Okay. Die Weasleys und Sir Nicholas und Kretze natürlich. Oh Gott. Ja, das kann ja was werden, Leute. Dieser Raum sollte dringend aufgeräumt werden. Meine Mutter wäre entsetzt. Oder Mutter wäre entsetzt. Ich sollte wirklich besser für meine UTZs lernen. Ja, das wäre eine Idee, Bill. Ich frage mich, ob dein Bruder bei der Suche nach dem verwunschenen Verließen irgendetwas über Drachen herausgefunden hat. Ja, das ist bestimmt die relevanteste Frage, die man sich da stellen kann. Ja. Hallo, Sir Nicholas. Was machst du im Zimmer meines Bruders, Nick? Der fette Mönch meinte, dass du nach der Karte des Rumtreibers suchst. Ich habe in Hörweite des ältesten Weasley laut nachgedacht, als er etwas Faszinierendes sagte. Ich habe nur meinen Bruder erwähnt. Dabei habe ich mich an Daniels Bruder erinnert. Ähm, verstehst du, worauf ich hinaus will, Daniel? Äh, ich denke schon. Nicht wirklich. Gib mir einen Tipp. Ja, ich bin ja schlau, Leute. Ich denke schon. Erlaube mir, mich völlig durchsichtig zu machen. Nicht besonders schwierig in meinem aktuellen Zustand. Nach der Ansprache des Ältesten hat der mittlere Weasley etwas gesagt, das meine Erinnerung in Gang gesetzt hat. Wir sind sechs, also bin ich weniger in der Mitte, nachdem ich der Zweitälteste bin. Der junge Charles hat einen Drachen erwähnt. Dabei fällt mir ein, Daniels Bruder glaubte, dass sich ein Drache irgendwo im Schloss ersteckt. Im Ernst? Das weiß nur der Bruder von Daniel, denn nur er hatte eine Karte von ganz Hogwarts. Die Karte des Rumtreibers. Aber was hat Percy mit all dem zu tun? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er uns hierher gefolgt ist. Die bessere Frage ist, warum musste er die Ratte mitbringen? Krätze gehört zur Familie. Ja, ja, der Ghoul auf dem Dachboden auch, aber deshalb nehme ich ihn auch nicht überall hin mit. Genug der Wortklauberei Weasleys. Stolze Gryffindors wie wir stehen über solch Nichtigkeiten. Nichts für ungut, Daniel. Ein Hufflepuff zu sein ist auch in Ordnung. Du meinst also, die Karte des Rumtreibers ist irgendwo in diesem Raum? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass dein Bruder die Karte irgendwann in seinem Besitz hatte. Und ich bezweifle, dass irgendjemand hier irgendetwas findet, so dunkel und schmutzig, wie es hier ist. Lumos. Ja, jetzt, guck mal Percy, so geht das. Hast du wahrscheinlich noch nicht gelernt, ne? Ja. Lumos. Das hilft uns nicht wirklich mit dem ganzen Dreck. Sagt der Typ, der eine Ratte mitgebracht hat. Ich wasche sie jeden Morgen. Lass uns einfach nach der Karte des Rumtreibers suchen. Vielleicht finden wir einen Drachen. Ja, hier in dem Raum auf jeden Fall, Charlie. Los geht's, Leute. Ja, also hier in dem Raum einen Drachen zu finden, wäre furchterregend. Und auch nicht unbedingt das, was ich mir unter einem schönen Tagesausflug vorstelle. So. So, den ersten Stern haben wir. Ja, dann hole ich nochmal ein großes Paket, weil die Folge wird danach noch nicht zu Ende sein. Gehe ich mal von aus. So. Bin ja immer mega gespannt, Leute, wie das mit der Geschichte noch weitergeht. Weil Hogwarts Mystery hat sich jetzt über so viele Folgen immer wieder aufgebaut. Die Story hat sich so verwickelt in verschiedene Szenarien, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass wir einen, ja, ziemlich starken Plottwist am Ende des ganzen Projektes sehen werden. Und ich bin schon mega gespannt, weil das Projekt wird ja über 200 Folgen alt sein, sobald wir, ähm, das Projekt zu Ende haben. Und vielleicht sogar 300 Folgen. Und das ist ein so langes Projekt, dass es wahrscheinlich ziemlich episch wird, das Szenarien zu ermitteln. Also herauszufinden, wie die ganze Geschichte endet. Da bin ich schon mega gespannt drauf. Und dafür kriegen wir auch nochmal ein paar Münzen. Interessant. Ist das die Karte? Nein, aber ein handgeschriebener Brief meines Bruders. Hier steht, dass er eine Karte zu Oliver Green gebracht hat. Nie von ihr gehört. Sie war im Jahrgang deines Bruders. Ich erinnere mich an ihre außergewöhnliche Tapferkeit. Sie war eine Gryffindor? Das könnte man denken, aber in Wirklichkeit war sie eine Ravenclaw. Du solltest der grauen Dame einen Besuch abstatten. Oh, geil, Leute. Das freut mich. Komm zu uns in den Korridor, Daniel Granger. Wir haben die graue Dame gefunden. Ja, Leute, machen wir das mal. Let's go. So, dann einmal in den Korridor und die graue Dame treffen. Okay. Ja, hier warten schon wieder einige. Hallo, Tulip. Lass mich reden, Daniel Granger. Okay, nur nicht so eingeschnappt, Tulip. Alles gut. Hast du deine Tage? Oh, das darf man ja nicht fragen. Ui, ui, ui. Leute, wenn ihr... Also gerade an die Typen unter euch. Ihr habt richtig, richtig Mummen. Wenn ihr eine Frau, wenn sie ihre Tage hat, fragt... Oder beziehungsweise wenn ihr ihr sagt, dass sie sich nicht so anstellen soll. Macht das... Geht mal zu einer Frau und sagt ihr das, wenn sie ihre Tage hat. Und... Ja, rip. Rip an dieser Stelle. Die graue Dame ist wohl die einzige Person in Hogwarts, die noch weniger sagt als ich. Ja, interessant. Bleib ruhig, wenn du mit der gra... Wenn du mit der grauen Dame sprechen willst, Daniel. Ja, mache ich. Hallo, graue Dame. Verzeihung. Madame... Graue Dame? Sie redet mich... Sie redet nicht mit dir, Daniel. Manche Leute glauben, dass sie überhaupt nicht sprechen kann. Mit Ravenclaws redet sie manchmal. Manche Leute brauchen etwas länger, bis sie zum ersten Mal mit ihnen redet. Ich kann für dich mit ihr sprechen, aber ich habe gehört, dass sie sich in der Nähe von Quidditch-Spielern unwohl fühlt. Warum? Keine Ahnung, vielleicht denkt sie, dass wir ungehobelt sind. Naja, ich kann mit ihr sprechen, aber keine Garantie. Ich habe sie einmal versehentlich erschreckt. Sie hat etwas vom Wald gemurmelt und ist durch die Wand geschwebt. Naja, sie wird bestimmt irgendwann mit mir sprechen, aber ich habe sie einmal geärgert. Was hast du gesagt? Sie hat gehört, wie ich von einem Streich erzählt habe, den ich meiner Mutter gespielt habe. Daraufhin hat sie angefangen zu weinen. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Ich habe mich entschuldigt, aber davon hat sie nur noch mehr geweint. Wer von uns soll für dich mit der grauen Dame sprechen? Ähm... Ja, hä, hä, hä. Ähm, also normalerweise würde ich jetzt sagen... Also sie nicht, also nicht Tulip. Weil, ja gut. Schwierig. Ich würde glatt Tolbut sagen. Weil, ähm, wenn sie sie zum Weinen gebracht hat und sie an alte Dinge erinnert, glaube ich, wird sie von ihr eher Abstand nehmen. Tolbut würde ich sagen. Ich glaube, Tolbut. Er weiß auch, was Einsamkeit bedeutet und kann sich vielleicht mit der grauen Dame anfreunden. Ich werde es versuchen, Daniel. Ähm, ich möchte sie nicht zu lange aufhalten, aber ich hatte... Sie gehören nicht hierher. Wohin, Hogwarts? Sie gehören nicht hierher. Wer sind sie, dass sie mir sagen, ich gehöre nicht hierher? Lassen sie mich in Ruhe. Das sollte wohl Nein heißen. Ja, bitter, Leute. Das war wohl nichts. Ich fand es spannend. Tut mir leid, Daniel. Schon in Ordnung, Tolbut. Ich werde es selbst versuchen. Ich erinnere mich an ein Mädchen namens Oliver Green. Möglicherweise war sie mit meinem Bruder Jacob Granger befreundet. Ich erinnere mich. Sie können mich nach Olivia fragen, aber da müssen sie mich in Ruhe lassen. Okay, Leute, dann fragen wir sie mal. Los geht's. Also, dafür, dass wir sie nur mal kurz tragen sollen, ist drei Stunden schon eine angemessene große Zeit, ne? Ne, wollte ich ja nur mal so gesagt haben. Keine Ahnung. So, zuhören. Und jetzt nur mal die letzten Energiepunkte ausgeben. Und noch mal hier zwei. Ja, so, zack. Ja, ich hole nur mal ein mittleres Paket, Leute. So. Ich hoffe ja, wir kriegen das jetzt mit diesem mittleren Paket hin. Das wäre echt toll. So. Zuhören nochmal. Wundern. Ja, ne, das wird knapp. Das wird sehr, sehr knapp. Leider zu knapp. So, drei haben wir noch. Ja, ne, den vorletzten Stern. Ne, den kriegen wir auch nicht. Schade. Ja, dann hole ich nochmal so ein halbes Set. So. So, und dann nochmal mit Tollboot sprechen und nochmal zuhören und, ja, übelste Verschwendung machen. Toll, Daniel. So. Ja, nice. Kriegen wir nochmal Münzen? Olivia Green ist verschwunden, genau wie Jacob Granger. Sie müssen, äh, sie müssen mit ihrem anderen Freund sprechen. Er ist noch hier. Kennen sie seinen Namen? Dungeon Ace. Nie von ihm gehört. Wo können wir ihn finden? Hm. Bitte. Wir brauchen ihn, um meinen Bruder zu finden und um die Schwester meiner Freundin zu retten. Wow, jetzt sagt er schon, meine Freundin. Vielleicht sogar, um ganz Hogwarts zu retten. Hm. Sprecht mit dem. Slytherin, Hausgeist. Okay, wir müssen mit dem blutigen Baron sprechen. Kommt zu uns in das Klassenzimmer für Zaubertränke. Wir haben den blutigen Baron gefunden. Alter, seit wann helfen wir Merula eigentlich so exzessiv? Äh, ja. Sollen wir das noch machen, Leute? Ja, komm, wir machen das. Dafür haben wir noch Zeit. So, einmal hineinspaziert und treffen mit dem blutigen Baron. Okay. Ah ja, da ist er. Alles klar. Slytherin hat den fiesesten Hausgeist und den schaurigsten noch dazu. Hoffentlich ist das Blut auf den Kleinen des Barons nicht von Tieren. Egal, ich habe viel zu viel Angst, um ihn zu fragen. Ja, alles klar. Hallo, ich smelde. Ich habe keine Angst vor dem blutigen Baron. Wirklich nicht. Okay, ja, das glaube ich dir. Hallo, blutiger Baron. Der blutige Baron ist ziemlich grimmig. Lass mich mit ihm reden. Weil du so gut mit Leuten umgehen kannst. Weil ich im Gegensatz zu dir nicht die Nerven verliere, wenn etwas schief geht. Du bist total lächerlich. Wer immer mit ihm spricht, sollte vorsichtig sein. Selbst Peeves hört auf den blutigen Baron. Warum hat Peeves Angst vor ihm? Vielleicht, weil er kein Blut sehen kann. Meinst du nicht? Ich habe auf dem Weg hier darüber nachgedacht. Und ich glaube, es liegt wirklich daran. Meinst du? Oh je, du bist ein wandelndes Verwirrungselixier. Du hast vermutlich recht, Barnaby. Blut verwirrt mich irgendwie immer. Soll ich für dich mit dem blutigen Baron reden oder nicht? Ähm, ich spreche selbst mit ihm. Ähm, sprich du für mich. Nee, kommt Leute, ich hab Mumm. Ich werde selbst mit dem blutigen Baron sprechen. Ich habe keine Angst. Viel Glück, Ranger. Ich hange dich nicht auf, wenn du in Ohnmacht fällst. Verzeihung, Herr Baron? Was willst du? Ich wollte sie nach einem Slytherin-Schüler namens Dungeon Age fragen. Was ist mit ihm? Ich muss mit ihm sprechen. Ich habe gehört, dass er im Schloss lebt und hatte gehofft, dass sie mir weiterhelfen können. Er ist tot. Haben sie ihn getötet? Äh, ihn getötet? Nein. Das hat er selbst erledigt. Er ist also auch ein Geist? Schwer, sich mit einem Toten zu unterhalten, der kein Geist ist. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Ich kann sie direkt zu ihm schicken, wenn sie möchten. Nein, bitte ich, äh... Ich werde ihnen nichts tun. Ich meinte nur, dass ich ihnen sagen kann, wo er sich gerne auffällt. Oh, äh, toll. Vielen Dank, blutiger Baron. Ich weiß nicht, warum alle glauben, sie wären immer wütend und unausstehlich. Wer hat das gesagt? Das glaubt doch niemand. Sie haben gesagt, alle. Ich... Ich habe Angst. Stell deine Fragen und lass mich in Ruhe. Okay, Leute, los geht's. Ja, äh, toll. Dann hätte ich mir vorhin doch noch mal ein großes Paket kaufen sollen. Das ist jetzt nicht so clever von mir gewesen. Aber für Cleverness werde ich nicht bezahlt. Werde ich wirklich nicht, Leute. So. Ja, kommt, Leute. Dann holen wir uns noch mal das Paket hier. Und noch mal so ein kleines. Und dann haben wir es. Mehr brauchen wir für diese Aufgabe nicht. Hoffe ich zumindest. Weil wenn wir jetzt doch mehr brauchen, dann habe ich verkackt. So. Bin ja echt gespannt, ob das jetzt überhaupt was bringt. Ob wir damit jetzt irgendwelche Fortschritte schaffen, die... Die uns weiterhelfen bei Pennys Schwester. Weil ich glaube sowieso, erst werden wir bei Penny weiterkommen, wenn wir das mit ihrer Schwester komplett gelöst haben. Und ja, das ist halt noch nicht so wirklich, äh, absehbar, wann das passiert. Und deswegen, ne. So, ja, toll. Jetzt muss ich doch nochmal so ein kleines Set kaufen. Reicht ganz knapp nicht. So, jetzt aber. Duncan Ache ist also mit Peace befreundet, will aber nicht gesehen werden. Ich sollte vermutlich die weniger besuchten Räume absuchen. Den Artefaktraum, das Zimmer meines Bruders, Filsch's Büro, das Zertrauenschülerbad. Wo soll ich anfangen, blutiger Baron? Ich habe ihnen nichts mehr zu sagen. Ich kann sie verstehen, aber es wäre wirklich hilfreich, wenn... Ich habe genug. Okay. Ja, tschüss, blutiger Baron. Wann hätte ich kennengelernt zu haben? Dann also das Zertrauenschülerbad. Du hattest die Hosen total voll, Granger. Halt die Klappe, Merula. Was für ein blutiges Ergnügen mit dem blutigen Baron. Hey, ich habe dir gesagt, dass mich Blut verwirrt. Oh, das war immer noch Barnaby. Jetzt habe ich dir eine Mädchenstimme gegeben. Das war Fail, Leute. Naja, wir treffen uns im Vertrauenschülerbad. Ich bin zu gespannt, was uns der Geist zu erzählen hat. Ja, das werden wir aber erst nächste Folge machen, Leute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal unten auf dem Logo. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche Dienstag um 14 Uhr wieder am Start seid. Oder vielleicht auch bei Videos davor, die dazwischen noch so kommen. Seid auf jeden Fall gespannt und abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Genießt das Wetter. Tschüss.